Willkommen im Zündfunken. Heute werden wir uns einem Text widmen, den ich vor einigen Jahren gelesen habe. Ich glaube, du hast ihn mir damals empfohlen. Wie es mit vielen Texten ist, er hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, hat mich viel beschäftigt, hat tatsächlich auch Umdenken bei mir erzeugt. Wir hatten abgemacht, dass wir heute darüber reden und beim Wieder-Drauf-Schauen auf den Text ist uns aufgefallen, dass wir aber auch an einigen Punkten theoretisch inzwischen schon Widerspruch wiederhaben, was aber okay ist. Ich werde kurz den Text vorstellen, werde auch sagen, warum er mir so wichtig war. Und dann kannst du noch mal ein bisschen Butter bei die Fische geben, was problematisch ist. Ich werde da auch schon kurz drauf eingehen. Senf, Senf. Genau. Passt tatsächlich super gut zum Senf. Passt tatsächlich super gut zum Senf, weil es auch was mit Selbstkritik etc. Wir geben auch Senf hinzu. Passt. Oder Mayo oder Ketchup. Senf, Senf. Der Text ist von einem linken Politiker aus England, der heißt Mark Fisher. Der war, glaube ich, auch Labour etc. Also war wirklich aktiv auch in der Parteipolitik. Klassischer, ich würde sagen klassischer britischer Linker. Da werden wir auch nachher noch kurz drauf eingehen, was spezifisch am britischen Links sein ist. Der hat einen Text geschrieben, der heißt Exiting the Vampire Castle. Und in diesem Text, wirklich so als too long, didn't read, zusammengefasst geht es darum, scheiß dich nicht so an, ja, red mit Menschen, geh auf sie zu und versuche eher Leute für dich zu gewinnen, als die ganze Zeit herauszustellen, was dich von ihnen trennt. Jetzt führen wir das Ganze doch noch ein bisschen länger aus, glaube ich, ist besser so. Das Vampire Castle ist für ihn ein Konzept, das er den modernen Linken vorwirft. Das Vampire Castle ist ein Ort, von dem heraus ein autokratischer linker Regent quasi alle um sich herum aburteilt. Sein Beispiel, und leider ist das auch schon der Startschuss für die Problematik des Textes, ist der Umgang mit dem britischen Komiker Russell Brand. Russell Brand ist ein relativ flapsiger, lockerer Typ, würde sagen, dass der weitestgehend politisch das Herz an der richtigen Stelle hat. Der hat halt einen etwas roheren Umgang mit ein paar Begrifflichkeiten, auch aufgrund seiner Sozialisierung und hat, stimmt schon, hat durchaus despektierliche Begriffe für Frauen verwendet, die einfach Soziolekt waren. Ich möchte es jetzt nicht kleinreden, das ist der Kommentar dazu, es ist irrelevant, sondern es geht darum, dass dann stattdessen, dass man sich halt mit den Inhalten, mit Russell Brand beschäftigt hat, hat man sich ausschließlich damit beschäftigt, dass er ein Sexist ist. Und das hat Mark Fischer dann so wütend gemacht, dass er diese Brandrede geschrieben hat und in dieser Brandrede sagt er halt, wie kann es eigentlich sein, dass jemand, der wirklich aus der rohen Arbeiterklasse kommt, so von einer bourgeoisen, liberal linken Mittelschicht abgecancelt wird, um dieses Buzzword hier zu verwenden, weil er Begrifflichkeiten verwendet, die für ihn in seinem sozialen Umfeld vollkommen normal sind. Ist ein spannender Punkt. Warum das problematisch ist, machst du dann gleich noch. Im Grunde geht es hier um das, was wir immer wieder als Identitätspolitik bezeichnen, dass wir Identitäten objektivieren und sie als trennende Elemente zwischen uns betrachten, anstatt dass sie uns anregen, aufeinander zuzugehen, Gemeinsamkeiten in der Unterdrückung, Gemeinsamkeiten in der Ausgrenzung zu erkennen, Gemeinsamkeiten in der Ausbeutung zu erkennen, ganz wichtiges Thema. Ich bin der festen Überzeugung, dass es so gut wie keine Ausgrenzung und Unterdrückung gibt, ohne einen Grund, der irgendeinen Nutzen für das System nach sich zieht. Da bin ich nicht überzeugt von. Und Mark Fischer redet sich ein bisschen heiß, das macht auch Spaß, den Text zu lesen. Tut ein bisschen weh, hat mir damals sehr weh getan, weil ich noch voll so ein bisschen auch in so einer versuchten Kartoffel-Wokeness drin war. Er hat's gesagt, nicht ich. Und er geht dann auf fünf Gesetze ein des Vampire Castles. Und diese Five Laws of the Vampire Castle, die möchte ich jetzt einfach durchgehen. Ein bisschen was dazu sagen, wenn ich ein bisschen was vergesse, was das noch bedeuten könnte, kannst du gerne noch ein bisschen zur Hilfe kommen an der Stelle. Die Five Laws of the Vampire Castle. Das erste ist, individualisiere und beziehe alles auf das Private. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Punkt, weil es gibt kein schöneres Thema für die momentane New Left, liberale Linke, whatever, mir wurscht, als strukturell. Dieses Buzzword wird überall angeklemmt. Es gibt strukturellen Sexismus, es gibt strukturellen Rassismus, es gibt strukturell, strukturell, strukturell. Und witzigerweise ist das ja auch der Punkt, wo ich Ihnen völlig zustimme. Ja, wir haben strukturellen Rassismus, wir haben strukturellen Sexismus. Auf der anderen Seite ist der Ansatz, mit dem Sie sich diesem strukturellen Problem dann entgegenstellen, immer nur individuell geprägt. Es geht also nicht darum, wir müssen, Senf, Macht erreichen, um die Struktur zu ändern, sondern nein, wenn nur genug Leute aufhören, das N-Wort zu verwenden, muss man ja jetzt tatsächlich wirklich nicht, als wenn das schon der Sieg wäre. So, als wenn wir unsere Kommunikation verändern, wenn wir uns selber die ganze Zeit checken, habe ich jetzt irgendwas gesagt, was irgendwie im Rahmen einer Identität anstößig sein könnte, dann verändern wir schon die Welt. Und das ist Bullshit. Weil das System interessiert sich nicht dafür, ob das N-Wort gesagt wurde oder nicht. Freunde von mir interessieren sich dafür, ob ich es verwende oder nicht. Und deswegen ist es auch fair, es nicht zu verwenden. Absolut, überhaupt keine Diskussion hier. Aber zu glauben, dass ich jetzt gerade Politik gemacht habe, das ist gaga. Sorry, das ist ein bisschen hart. Du hast mich angesteckt, Mann. Also, jetzt zweite Law of the Vampire Castle. Das ist auch, das wird immer appetitlicher. Tut mir ein bisschen leid, dass wir hinten raus noch ein bisschen ärgern müssen, den guten Mark Fischer. Aber der zweite ist, es lässt alle Denkansätze und alle Aktionen als unheimlich schwer erscheinen. Das heißt also, mach klar, dass alles, alles, was du hier gerade machst, ist harte intellektuelle Arbeit. Zu dir sind auch nicht alle in der Lage. Es geht hier wirklich auch tatsächlich um ein elitäres Selbstdarstellungsgefühl. So, ich mache diese Arbeit. Ich bin, also, siehst du, wie woke ich bin? It's fucking hard, ne? Es geht also quasi immer darum, zu suggerieren, dass man diesen schweren Job macht. Man stellt sich der strukturellen Gewalt mit individualisierten Lösungen. Und das ist ein harter Job. Ich sage euch, es ist nicht nur ein harter Job, es ist auch sinnfrei. Es ist auch hier wieder, es ist, wenn ich den Leuten immer sage, also, das ist harter Tobak, ich weiß nicht, ob das jeder schafft, dann vergelle ich auch jedem irgendwie die Möglichkeit, in eine Diskussion einzusteigen. Und da möchte ich auch kurz nochmal auf die Replik von Russell Brandt zu den Vorwürfen eingehen, weil der eigentlich ganz schön reagiert hat, weil der gesagt hat, oh, sorry? Stimmt? Hm? Muss ich drüber nachdenken? Ja. Es war sogar eine Sache, also, ich fand es noch ein bisschen geiler sogar, was er geantwortet hat, weil er hat über seine Großmutter gesprochen und hat gesagt, ihm wurde vorgeworfen, dass er sexist sei, weil er irgendwie das Wort Bird benutzt hat für eine Frau. Und das ist ein abwertender Begriff, der quasi für eine schöne, hübsche Frau benutzt werden soll anscheinend oder so. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Ist zu vogue. Zu vogue, genau, zu vogue. Ich schlafe schon wieder so vogue, genau. Und dann antwortet er halt, ich glaube nicht, dass ich ein Sexist bin, aber ich bin auch vielleicht nicht der Richtige, das zu sagen, ob ich Sexist bin oder nicht oder ob das, was ich gesagt habe, sexistisch ist. Zum Beispiel weiß ich, kenne ich meine Großmutter. Meine Großmutter war der liebste Mensch, den ich jemals kannte, aber meine Großmutter war auch Rassistin oder hatte rassistische Ideen. Und ich glaube aber nicht, dass sie das wusste. Insofern überlasse ich das dann eher den Frauen zu sagen, ob das jetzt sexistisch war und dann höre ich mir das natürlich an und versuche mich dann auch zu checken und versuche das dann auch zu verbessern. Das war seine Antwort drauf. Auf einen Shitstorm, der so gigantisch war, dass ich echt sagen muss, ich bin ja kein großer Fan von Brand, aber Respekt, dass er das mit so viel Gelassenheit genommen hat und zwar relativ bald danach. Also nicht erst sehr viel später. Das dritte Gesetz des Vampire Castles und das ist einer meiner persönlichen Favoriten, eher sage ich gleich, warum. Es ist propagiere so viel Schuld und Schuldgefühl wie möglich. Und zwar ist es dieses komische Spiel, dass je betroffener ich agiere, desto mehr habe ich verstanden. Je betroffener ich reagiere auf irgendwelche Formen der Unterdrückung, je mehr ich sage, das ist ja schrecklich, desto mehr engagiere ich mich daran. Und ich finde Betroffenheit, Ekel, Wut und all diese Emotionen, die sind notwendige Trigger für Gedankenstrukturen, für Veränderungen. Das ist alles richtig. Und ich finde auch zum Beispiel, ich stehe hier, ich sitze hier als weißer Cis-Hetero, um diese Entität zu bemühen. Und selbstverständlich, wenn man sich die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents oder sowas bewusst macht und erkennt, dass meine gesamte Lebensweise darauf basiert, dass es anderen Leuten schlecht geht, dann kann das auch durchaus Schuldgefühle machen. Aber bloß, weil ich Schuldgefühle habe, habe ich noch nicht verstanden, worum es geht. Und ich habe auch noch keinen Ansatz, um es zu verändern. Und was für mich zum Beispiel hinter diesen Prinzipien ein bisschen steht, ist eine Form der Selbstkasteiung. Es ist, man lenkt ab von dem Problem, das man erzeugt durch die eigene Existenz, was leider ein Fakt ist, indem man sagt, oh, ich fühle mich so schuldig. Ist gefährlich, es deflektiert die eigene Verantwortung, weil Schuld ist noch nicht Verantwortung. Ja? Ich würde, genau, ich würde, ich würde da sogar widersprechen. Ich würde sagen, es ist einerseits, einerseits vielleicht ja, das ist vielleicht ein psychologischer Mechanismus, mit dem man die eigene Schuld deflektieren kann oder die eigene Verantwortung deflektieren kann, nämlich zu performen, dass man sich schuldig fühlt. Vielleicht. Aber ich glaube, einer der wichtigeren Punkte ist eigentlich, und das geht auch zurück zu dem Punkt eins, es stellt wieder in den Vordergrund, dass meine persönliche Schuld der Kern in diesem Problem ist. Und unser aller persönliche und individuelle Schuld ist der Kern des Problems und nicht eben eine Struktur, ein System, ein Unterdrückungssystem, ein Ausbeutungssystem, ein Produktionssystem. Sondern nee, es sind unsere Einstellungen, die zählen. Und genau, deswegen finde ich, die Punkte gehen dann auch ein bisschen so ineinander über, beziehungsweise bauen aufeinander auf. Weil das im Endeffekt wieder diese neoliberale Denkweise ist, von wegen, wir sind alle Individuen, everybody for himself. Und wenn irgendwer, wenn irgendwas in dem System nicht funktioniert, dann ist es die Schuld von Individuen. Und die Art und Weise, wie wir diese Probleme dann angehen, ist dann, den Individuen schuld einzureden, auf das sie sich ändern. Check your privilege. Check yourself. Und das lenkt halt, es ist halt für mich sogar im Diskurs schon, also merkt man sofort, dass es da dann nicht mehr darum geht, über ein System zu reden, was es herstellt und schon gar nicht über Struktur. Deswegen bin ich zum Beispiel der Meinung, dass dieses ganze Konzept des strukturellen Rassismus, ich sage nicht, dass es keinen strukturellen Rassismus gibt, aber ich sage das Konzept, oder strukturellen Klassismus auch, for that matter, das Konzept als ein Konzept zu erklären, was in diesem System oder in unserer Gesellschaft tatsächlich vorgeht, ist nicht ausreichend. Weil es in der Praxis immer wieder sich fokussiert auf, okay, da ist struktureller Rassismus, was kannst du jetzt dagegen machen? Lies dieses Buch über Antirassismus und sage jetzt diese und jene Worte nicht mehr und zeige Solidarität mit Black Lives Matter und so weiter. Das ist dann halt nicht genug, wenn man wirklich von Struktur reden möchte. Das ist ein interessanter Gedankengang. Mir geht es bei diesem Schuldgefühl tatsächlich sehr, deswegen gehe ich da auch so drauf ab, mir geht es halt um dieses, das ist auch wieder eine Form des Narzissmus. Auch dieses Schuldhabitus kann eine Form des Narzissmus sein und ich sehe halt… Es ist eine Performance. Ja, genau. Es ist eine Performance, genau. Diese Performances sind in meinen Augen tatsächlich von hinten durch die Brust ins Auge wieder Möglichkeiten für eine liberale, weiße, wahrscheinlich obere Mittelschicht, sich wieder ins Zentrum des Kurses zu zwängen, indem sie die ganze Zeit performen, wie schuldig sie sich fühlen. Das vierte Gesetz des Vampire-Castles ist, essentialisiere alles. Das heißt also, es gibt keine Sozialisierung, es gibt keine Prägung etc. Alles ist Teil einer Essenz, die fest in uns drin ist. Das heißt also zum Beispiel, eine schwarze Person ist in ihrer Essenz schwarz. Das heißt, wo sie aufgewachsen ist und in welcher Klasse sie aufgewachsen ist, in welchem Umfeld sie aufgewachsen ist, sie ist am Ende des Tages immer einfach nur schwarz. Genauso wie ich am Ende des Tages auch einfach immer weiß bin. Das kann für einen Diskurs auch interessant sein. Da bin ich gar nicht so, bin ich offen für bierige Gespräche. Worum es hier geht, ist, dass über diese Essentialisierung von Eigenschaften, die darüber hinaus gibt, man hat eine Identität, nach der man diskriminiert wird. Das ist ein Fakt, da möchte ich auch gar nicht gegen anstecken. Genau, es gibt Unterdrückungsstrukturen, die basierend auf Identitätsmerkmalen Leute unterdrücken. Und jeder, der behauptet, es gäbe keinen Rassismus oder keinen Sexismus, hat einen an der Klatsche. Sorry. Also ganz klar. Problematisch wird es dann, wenn diese identitäre Essenz, und ich habe jetzt bewusst auch identitär gesagt, weil wir haben hier nämlich tatsächlich ganz, ganz schreckliche Parallelen. Wenn diese identitäre Essenz quasi alle anderen Aspekte deiner Persönlichkeit sticht, wo du dann landest, ist erstaunlicherweise nicht mehr in einer Welt, in der du gegen Unterdrückung kämpfst, sondern dann landest du witzigerweise plötzlich in den Thesen von Alain de Benoist, dem Vorreiter der Nouvelle Droite, der neuen Rechten mit seinem Ethnopluralismus. Der sagt, alles schön und gut, solange sie nur getrennt sind, weil es essentiell ist. Das gleiche Argument verwenden TERFs, eine der für mich grauenvollsten Abarten des Feminismus. Leute, die sagen, du kannst dich nicht als Frau identifizieren, weil du nicht als Frau geboren wurdest. All das sind essentialistische Argumente und witzigerweise, obwohl wir Unterdrückungsstrukturen, die auf Identitäten basieren, bekämpfen wollen, benutzen wir die gleichen Mechanismen, wie die, die sie erzeugt haben. Das fünfte Gesetz des Vampire Castle ist ein bisschen ein erhobener Mittelfinger. Das ist mein Lieblingsgesetz. Das ist ein erhobener Mittelfinger. Es ist, denk wie ein Liberal, denn du bist einer. Wenn man die Vampire Castle Gesetze befolgt, das ist natürlich jetzt nicht aktiv, dass man sich jetzt sagt, heute möchte ich aber richtig gutes Vampire Castling machen, sondern wenn du die Gesetze des Vampire Castles, wenn du diese Strukturen bedienst, bist du eigentlich raus aus einem grundlegend linken Diskurs. Und das meine ich jetzt hier auch nicht identitär bösartig, so du bist kein Linker, geh weg. Sondern es ist, sei vorsichtig damit. Du verlässt den Bereich, indem wir aufgrund von einer, du hast mich sowas von infiziert mit diesem Gelaber, aufgrund einer materiell-historischen Analyse und Unterdrückungsmechanismen angehst, gehst du weg in eine reine performative, individualisierte Kultur. Mit einer individualisierten Kultur lässt sich in dieser Gesellschaft, wieder der Senf, keine Macht erreichen. Das System ist mächtig und es gibt mehrere Möglichkeiten. Das System saugt uns auf, passt sich uns an, komodifiziert unseren Widerstand. Das ist etwas, was Black Lives Matter gerade massiv passiert. Wenn eine, wie heißt sie, Beverly D'Angelo, die heißt nicht Beverly. Robin. Robin D'Angelo. Robin D'Angelo mit einem Produkt an den Start gehen kann, indem sie Leuten Antirassismus-Trainings, wirklich also auch vom Reißbrett, fieseste Küchenpsychologie, anbietet. Und das wird von Firmen wiederum genutzt, aufgesogen. Kapitalismus ist so unfassbar wandelbar. Wird aufgesogen und sagt, günstig, dann benutzen wir Antirassismus zur Arbeiterunterdrückung. Das heißt also, in diesen Kursen, die dann Google finanziert oder wer auch immer diese Kurse dann anbietet, nach diesen Regeln von Beverly D'Angelo, kann auch... Robin. Was? Robin. Wo hängt das Beverly eigentlich? Ist egal. Die D'Angelo, die übrigens weiß es. Spielt ja keine Rolle. Ah doch, das spielt eine Rolle. Es spielt tatsächlich nach ihrer eigenen Argumentation eine Rolle. Das ist das Absurde. Tatsächlich wird genutzt, um dann zum Beispiel auch Protokoll zu führen, so wer wehrt sich dagegen? Wer wehrt sich gegen Antirassismus-Trainings? Wie reagieren die Leute in Antirassismus-Trainings? Es gab eine Berichterstattung von jemandem, der in diesen Trainings war. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich... Wenn ich den Link finde, dann poste ich ihn. Eine Person, die halt dann darüber redet, dass sie in einem dieser Trainings war und eigentlich auf Arbeit nicht über sowas reden möchte. Sie möchte auf Arbeit auch nicht darüber reden, irgendwie wie sie aufgewachsen ist, ob ihre Eltern rassistisch waren oder die Großeltern rassistisch waren. Sie möchte eigentlich nur gerne ihren Job machen und dann nach Hause gehen. Sie findet, das ist auch nicht der richtige Ort, um sowas zu tun. Aber sie wurde natürlich gezwungen. Und sie wurde gezwungen von ihrem HR-Team mit der Aussage, bring doch einfach diesen Einwand in dem Workshop. Und dann kannst du ja mal sehen, wie die Leute darauf antworten. Und dann hat sie diesen Einwand gebracht. Und der Trainer, der da war, das war nicht Robin DiAngelo, aber das war um dieses Buch von... Jetzt hoffe ich, dass sie wirklich Robin heißt, aber ich glaube, sie heißt Robin. Ja, auf jeden Fall DiAngelo. Und die Antwort von dem Trainer war, Leute, nicht an die Person sich finden, sondern an den Rest der Gruppe. Leute, es wird hier einige Leute geben, die sagen, dass sie sich nicht wohlfühlen und dass sie sich unangenehm fühlen, über diese Sachen zu reden. Verwechselt das nicht damit, dass sie sich wirklich nicht wohlfühlen, sondern die tragen Rassismus in sich und sind nicht bereit, ihn anzugehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine schwere Kindheit hatte, Papa war Säufer, hat mich oft gehauen und ich möchte deswegen nicht gerne über meine Kindheit reden, weil es wehtut, weil es intim ist, dann ist das... Und das ist auch bei dem fünften, denke wir, ein Liberaler, also der Punkt, den er hier bringt, ist, all diese, die reine Identitätspolitik, die Identitätspolitik ohne eine Kapitalismuskritik. Ich will damit Identitätspolitik nicht kleinreden, nicht, dass ihr denkt, wir sind hier Wagenknecht-Fans, sind wir nicht, wir glauben, das ist Bullshit, was die geschrieben hat. Die reine Identitätspolitik alleine, ohne eine ökonomische Analyse, kann voll aufgegessen werden vom Kapitalismus. Und zwei Tage nach George Floyds Tod stand er auf der Amazon-Startseite Black Lives Matter. Und ich glaube, das krasse, was ich letztens gehört habe, ist, eine Milliarde Dollar werden gezahlt von Goldman Sachs. Goldman Sachs, wenn ihr 2008, 2007, 2008 noch kennt, Goldman Sachs, zahlen eine Milliarde Dollar an NGOs, Non-Government Organizations, nicht Regierungsorganisationen, also Non-Profits, gemeinnützige Unternehmen, die sich mit dem Belang von schwarzen Frauen beschäftigen. Von Goldman Sachs. Das geht. Kein Problem. Funktioniert. Und das ist das, was er hier meint. Wenn du nur die Identitätspolitik im Kopf hast und die nicht koppelst mit einer ökonomischen Kritik, dann läufst du Gefahr, gekooptet zu werden, vereinnahmt zu werden von dem Kapital. Kann ich direkt weitermachen mit der Kritik? Oder hast du noch was zu sagen? Nö, das war's. Das Problem ist eigentlich im zweiten Teil des Artikels. Im zweiten Teil dieses Textes, es gibt noch einen anderen Teil, den haben wir hier nicht erwähnt, weil der ist sehr englandspezifisch. Da beschäftigt er sich mit diesen Neo-Anarchisten. Könnt ihr euch durchlesen. Ist jetzt für heute aber nicht so richtig interessant. Und der letzte Teil, dort gibt er quasi einen Ausblick und versucht, diese Kritik zu reproduzieren, die ich gerade versucht habe aufzustellen. Nämlich die Idee, dass wenn die Identitätspolitik alleine steht, ohne einen Fokus auf Klassenpolitik, ohne einen Fokus auf die Ökonomie, dann gibt es ein großes Potenzial, dass das gegen die Wand läuft. Und das muss vereint werden. Und wir dürfen uns nicht von der Identitätspolitik quasi an der Nase herum, oder von dem Kapital mit der Identitätspolitik an der Nase herumführen lassen. Das Problem ist, er verfällt in dieselben identitätspolitischen, identitären Mechanismen, die er hier anklagt. Und hier ist es jetzt so wichtig, genau, wir bräuchten jetzt eigentlich das Soundboard, haben wir aber heute nicht hier. Hier ist es jetzt wichtig, wir haben in den letzten Folgen sehr viel über Klasse geredet, über Klassenbegriff, über Marxismus und so weiter. Jetzt versucht mal bitte bei mir zu bleiben und versucht mal rauszufinden, was für einen Klassenbegriff der hier gerade aufführt, wenn er folgendes schreibt. Über Russell Brand. Es ist alarmierend, dass diese Leute glauben, dass Leute aus der Arbeiterklasse in Armut, Unsichtbarkeit und Machtlosigkeit leben sollten, weil sie sonst ihre Authentizität verlieren. Die Idee ist also, Brand wurde damals extrem angegriffen aufgrund des Sexismus. Er wurde dann verteidigt von dem anderen Lager, zu sagen, der ist Working Class und dann wurde gesagt, der ist nicht Working Class, der ist jetzt Millionär. Der ist nicht Working Class. Sorry. Wenn der Millionär ist, wenn der Multimillionär ist, dann ist er laut marxistischer Klassentheorie, hat er sein eigenes Kapital, das er einsetzen kann. Der könnte theoretisch seine Firma aufbauen und muss er nicht mal, kann sich einfach auf seinem Geld ausruhen. Und eventuell hat er vielleicht sogar schon die ein oder andere Firma am Laufen und er muss nicht mehr arbeiten, um zu überleben. Damit ist er nicht Arbeiterklasse. Welchen Klassenbegriff sehen wir hier also in dem Text von Mark Fischer? Das ist der bürgerliche Klassenbegriff. Und der bürgerliche Klassenbegriff geht davon aus, dass du in einer Klasse bist, in die du reingeboren wirst, in die du desozialisiert wirst. Und sich dann eine Identität formt, die du nie verlieren kannst. Dass selbst wenn du in dem Vorstand von Goldman Sachs landest, dadurch, dass du in der Gosse aufgewachsen bist, bleibst du Working Class. I call bullshit. Das ist die bürgerliche Klassendefinition, auf die er sich einlässt. Und wohlgemerkt, Mark Fischer war halt einfach kein Marxist. Okay, bear with me. Versuch mal dabei zu bleiben. Wo wird das jetzt richtig problematisch? Weil er sagt am Ende folgendes. Er sagt, wo können wir also etwas tun, um dieser Identitätspolitik und so weiter, um das alles zu bekämpfen, weil das ist alles böse und so weiter. Zuallererst ist es notwendig, Identarismus abzulehnen. So weit, so gut. Identarismus, nicht so gut. Es ist notwendig einzugestehen, dass es keine Identitäten gibt. Nur Bedürfnisse, Interessen und hier fehlt ein Wort. Und niemand ist essentiell etwas? Ja, genau. Nur Bedürfnisse und Interessen und Identifikationen. Es gibt also keine Identitäten an sich. Finde ich auch gut, weil das ist das Essentialismusthema. Identitäten an sich im luftleinen Raum existieren nicht. Es existieren Bedürfnisse, Interessen und Identifikationen. Das heißt, wie identifizierst du sich aufgrund deiner Sozialisierung? Ich würde gerne kurz noch eine Ergänzung geben, weil eigentlich auch Identitäten etwas Relationales sind. Weil Identitäten sind das, was dir gespiegelt wird. Okay, aber ich glaube, was er hier meint, ist die Identität in dem Essentiellen Sinn. Also er sagt das ja auch sofort in dem nächsten Satz. Niemand ist essentiell irgendwas. Also nur weil irgendwie eine Frau eine Frau genannt wird, bedeutet das nicht, dass die Frau als abstraktes Konzept tatsächlich existiert. Das ist ein soziales Konstrukt. Übrigens sagt jeder, der irgendwas mit Antirassismus zu tun hat, dass Rasse nicht existiert. Sondern Rasse ist ein soziales Konstrukt. Deswegen schreibt man Rasse, wenn man politisch korrekt sein will, sogar in so Anführungsstrichen in Texten. Weil man klar machen will, das gibt es nicht. Und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, das gibt es nicht. Das ist auch eines der Hauptargumente in diesen Gendersachen, dass Geschlecht ein soziales Konstrukt ist. Und jetzt, also alles, was er sagt, ist perfekt. Bis auf den Punkt, dass auch die Arbeiterklasse als Identität es so nicht gibt. Sorry. Aber du redest hier, als ob es sie gibt. Weil du gehst von einer Identität aus, die Russell Brand nicht verlieren kann, wenn er schon Multimillionär ist. So funktioniert das nicht. Und jetzt kommt der letzte Teil. Wenn ihr nehmt marxistisch, und deswegen ist es so wichtig, sauber zu sein mit eurer Analyse und mit eurer Theorie. Deswegen ist es so wichtig, sich auch Gedanken zu machen, worüber man eigentlich redet und was für Worte man benutzt. Ich lese jetzt den gleichen Text zweimal vor. Einmal sollt ihr denken, bürgerlicher Klassenbegriff. Das ist die Identität, da wird man reingeboren und die verliert man nie. Ja, das ist das erste Mal. Aber die Ablehnung von Identitarismus kann nur durch die Wiederbehauptung von Klasse entstehen. Eine Linke, die nicht Klasse in ihrem Zentrum trägt, ist nicht mehr als eine liberale Interessenvertretung. Klassenbewusstsein ist immer zweiseitig. Es beinhaltet das gleichzeitige Wissen, dass Klasse alle unsere Erfahrungen rahmt und bestimmt. Und ein Wissen über die bestimmte Position, die wir in dieser Klassenstruktur innehaben. Wenn wir einen liberalen Klassenbegriff benutzen, dann haben wir jetzt gerade darüber diskutiert, ob die Identität Klasse im bürgerlichen Sinne wichtiger ist als die Identität Rasse oder wichtiger ist als die Identität Sexismus. Oder ob Rasse wichtiger ist als Geschlecht. Oder ob sexuelle Gesinnung wichtiger ist als Rasse. Das heißt, er läuft in die gleichen identitären Probleme, wenn er diesen Klassenbegriff nimmt. Jetzt dreht es mal andersrum. Er sagt Klasse, aber wir benutzen jetzt den marxistischen Klassenbegriff. Ich lese es nochmal vor. Nochmal, was ist marxistische Arbeiterklasse? Lohnabhängige, die keine Produktionsmittel haben. Die Ablehnung von Identitarismus kann nur durch die Wiederbehauptung von Klasse entstehen. Eine Linke, die nicht Klasse in ihrem Zentrum trägt, ist nicht mehr als eine liberale Interessenvertretung. Klassenbewusstsein ist immer zweiseitig. Es beinhaltet das gleichzeitige Wissen, dass Klasse all unsere Erfahrungen rahmt und bestimmt. Und ein Wissen über die bestimmte Position, die wir in dieser Klassenstruktur innehaben. Perfekt. Plötzlich ist der Text absolut 100% korrekt. Weil wir nicht mehr über eine Identität reden, sondern über eine Relation, die du im System innehast. Klasse in marxistischer Klassentheorie und in, wie ich finde, linker Klassenpolitik, muss relational sein. Nicht identitär. Und das macht Mark Fischer hier übrigens genauso wie Sarah Wagenknecht falsch. Denn auch Sarah Wagenknecht essentialisiert die Arbeiterklasse. Nämlich dadurch, dass sie sagt, das sind Weiße, die irgendwie was dagegen haben, wenn man irgendwie Gendersternchen anhängen muss. Das ist Sarah Wagenknecht-Fehler auf der theoretischen Ebene. Der gleiche, den Mark Fischer hier macht. Und deswegen ist dieser zweite Teil für mich eigentlich mittlerweile abzulehnen. Auch wenn der erste Teil sehr, sehr spannend ist. Der zweite, den muss man lesen, aber man muss ihn lesen unter der Einsicht, dass sein Klassenbegriff ein anderer ist, den wir haben sollten auf der Linken. Zumindest meiner Meinung nach. Gehe ich völlig d'accord mit? Was für mich das Problematischste an der ganzen Sache ist, ist, dass Mark Fischer sich dadurch auch ein Stück weit widerspricht. Absolut. Und deswegen kann er auch von den Rechten gekooptet werden. Deswegen gibt es auch extrem viele Rechte, die sich natürlich dann auf den, oh, Identitätspolitik ist das größte Problem, was wir haben, zugesetzen. Und sagen, guck mal, Mark Fischer, der ist ja auch ein Linker, ist sogar irgendwie bei Labour, der sagt genau das Gleiche. Und so einen ähnlichen Witz haben wir mit Sarah Wagenknecht nachher am Stammtisch auch. Sehr gut. Jo, wir werden den Artikel verlinken, lest ihn euch durch, könnt ihn auch gerne ganz lesen, könnt gerne Kommentare auch dazu abgeben, wie ihr das seht. Und für mich tatsächlich so, um für mich noch so das Unterstreichen am Ende zu machen, ist halt auch das Thema, ist, wenn man einen identitären Klassenbegriff verwendet, fängt man an, Identitäten gegeneinander auszuspielen und zu priorisieren. Und das funktioniert so nicht. Der Klassenbegriff, den Nadim meint, den ich auch vertrete, obwohl ich anarchist bin. Nein, das könnt ihr auch, das machen viele Anarchisten auch. Ich weiß, ich weiß, du hast das mal vorhin so ein bisschen provozierend gemeint. Diesen Klassenbegriff, er schließt Identitäten einfach mit ein, als Attribute, mit denen man unterdrücken kann. Stratifizierung, Milieus in der Klasse, verschiedene Machtstrukturen innerhalb der Klasse, kein Widerspruch, sondern es kann sein, dass es da Widersprüche gibt, natürlich. Es kann sein, dass bestimmte Strata in der Gruppe anders unterdrückt werden als andere, aber diese Widersprüche gilt es aufzulösen, um eine Klassenpolitik durchzuführen. Das heißt, wer glaubt, dass wir Klassenpolitik machen ohne Identitätspolitik oder lass mal das Wort Identitätspolitik weg, weil das ist so ein voll aufgeladenes Wort. Aber wer glaubt, dass wir Klassenpolitik machen können ohne Überunterdrückungsstrukturen basierend auf Rasse, Geschlecht oder sexueller Ausrichtung führen zu können, wird nicht funktionieren. Das heißt, wer sagt, wer glaubt, dass wir Klassenmöglichkeiten Meowstökonompolitik Omar Really? Was ist amr! Das heißt, wer glaubt, dass wir Klassenmöglichkeiten bem legislators sein, wo gut Dr. Huy cetera inhalt! Was ist ein Mortal-Sach Und das ist auch für Klassenmöglichkeit, dass er viel Spaß am lieben ist. Was ist heute kom-Weigert, dass wir Klassenkurs, was für Klassenkurs veux haben.